So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich jage einen Huhn. Eben mussten wir mit dem Huhn 20 Meter weit fliegen. Der beste Ort dafür ist eigentlich hier. Aber das Problem ist, da ist zur Zeit die Hölle los. Gefühlt landen halt jede Runde mindestens 5, 6 Leute. Ich probiere das Ganze jetzt nochmal, wie ich es damals immer gemacht habe, in dem Bereich. Und werde euch natürlich da verraten, was ihr mit dem Huhn machen müsst. Denn einfach nur hinterherlaufen reicht nicht. Ich habe mich nämlich eben ausprobiert. Ich dachte, ach komm, brauchst du dir keine Waffe holen. Läufst du einfach dem Huhn hinterher. Das reicht aber nicht. Aber bevor ich euch das natürlich verrate, ihr könnt auch gerne was machen. Ihr könnt natürlich im Video gerne ein Like da lassen. Würde mich natürlich auch sehr unterstützen. Eben hatte ich auch schon einen Lama. Jetzt habe ich schon wieder einen Lama gesehen. Aber was könnt ihr noch machen? Vor allem ihr könnt ein Abo da lassen. Denn ich habe nachgeguckt, 80% der Aufrufe sind von Nicht-Abonnenten. Also, wenn ich dir schon öfters mal helfen konnte, lasst doch gerne ein Abo da. Kostet dich nichts. Und in dem Sinne kümmern wir uns jetzt mal um die Aufgabe. Jetzt hoffe ich nur, dass ich hier einen Huhn finde. Ansonsten kann ich die Aufnahme dann das dritte Mal anfangen. Ah, da unten haben wir da einen Huhn. So, jetzt nur schnell eine Waffe besorgen. Weil ihr braucht definitiv eine Waffe. Sonst ist das Ganze nicht unmöglich, aber halt schwerer. So, und wie ihr seht, hier landet kein Mensch. Weil natürlich jetzt alle wegen den Hühnern erstmal so beschäftigt sind. So, dann zack, 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 zack. So, weiter geht's. Aus dem Haus wieder raus. So, komm her, die Huhn. Ach, meine Frau reißt sich das halbe Haus ab. Da sind wir... Wo war denn jetzt das Huhn? Na, ich hab's aber noch angezeigt bekommen. Irgendwo läuft's hier rum. Wo ist es? Das Huhn läuft aber auch bei den Wölfen rum, gell? Ah, da ist es. Zack, zack. Das müsst ihr nämlich machen. Ihr müsst das Huhn nicht jagen, ihr müsst das Huhn eigentlich töten. So, den Wölfen gehe ich mal wieder aus den Füßen. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne war's das auch schon mit dem Video. Wie gesagt, wenn ich dir weiterhelfen konnte, gerne ein Like da lassen. Und dann würde ich sagen, setzen wir uns an die nächste Aufgabe. Und dann geht's weiter. Also, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.